So, herzlich willkommen zurück zum Abschlusspodium. Starke Grundrechte im Ausnahmezustand. Wir wollen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, wie Krisen sich auf die Grundrechte auswirken und was in Krisensituationen erst zu beachten gilt. Moment, ich lege mal meinen Notizzettel, meinen Stift zur Seite. Im Chat, das nur noch mal als Hinweis für alle Zuschauenden im Chat, kann man wieder Fragen stellen und ich würde dann, wenn Sie mir hinten ein Handzeichen geben, ich versuche darauf zu achten oder Sie rufen nach mir, ich heiße Ferda, dann gucke ich zu Ihnen. Auch für Sie gilt natürlich, dass ich nach einer halben Stunde das Podium oder die für Fragen öffnen würde. So, den ganzen Tag ging es gut. Ich glaube, seit die Tür zu ist, kriege ich Beklemmungen. Wir hatten den ganzen Tag die Tür offen und konnten ins Grüne rausgucken. So, aber jetzt. Wir haben heute neu hinzubekommen, heute Abend. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, wahrscheinlich müsste ich Sie nicht vorstellen, aber ich tue es natürlich trotzdem. Sie ist Bundesjustizministerin AD, ehemalige Bundestagsabgeordnete und FDP-Politikerin. Seit 2019 ist sie die erste Antidiskriminierungsbeauftragte im Land Nordrhein-Westfalen. Außerdem ist sie Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem das Bundesverdienstkreuz erster Klasse und dem Verdienstorden des Freistaats Bayern. Ich finde es super, dass das mir mitgeteilt wurde und dass ich das hier nenne, weil ich finde, solche Preise sind dafür da, um genannt zu werden und in manchen Momenten dann auch mal gewürdigt zu werden für sowas. Und natürlich für die Party im Anschluss der Auszeichnung das auch. Und Sie sind natürlich, Sie haben sich gerade schon ausgetauscht, Sie sind fleißig dabei, wenn es um Verfassungsbeschwerden geht, um die Dinge sozusagen zu hinterfragen, abzuklopfen, zurechtrücken zu lassen und haben, Moment, was habe ich hier notiert, mehrere Verfassungsbeschwerden vor dem Bundesverfassungsgericht gegen staatliche Überwachungsmaßnahmen zum Beispiel. Zu meiner, jetzt habe ich es schon wieder, zu meiner Rechten sitzt Dr. Ulf Burmeier. Er ist Jurist, Mitbegründer der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Er war über zehn Jahre Richter im Land Berlin, als Richter im Land Berlin. Es gibt so viele, okay. Tätig und zuletzt waren Sie Referent in der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung und dort zuständig für das Transparenzsystem für Funkzellenabfragen in Strafverfahren und haben das mitentwickelt oder entwickelt. Da steht gar nicht mit alleine. Und Sie engagieren sich seit vielen Jahren für Menschen- und BürgerInnenrechte und Sie berichten mit Philipp Banse im Podcast Lage der Nationen gemeinsam zur tagesaktuellen Geschehen. Und zu meiner linken Außen, linksaußen, sitzt Dr. John Philipp Thurn, Richter am Sozialgericht Berlin und Mitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte auch und Mitherausgeber. Wir haben vorgestern, nein, vor dem Wochenende am Freitag, am Donnerstag, den Grundrechte-Report, also letzte Woche den Grundrechte-Report gemeinsam vorgestellt. Ich durfte dabei sein als Gast. Der, wenn Sie ihn nicht kennen, genau hier wird er hochgehoben und Applaus bekommt er auch. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich finde das sehr berechtigt. Von zehn Bürgerrechtsorganisationen herausgegeben wird jedes Jahr und eben Leerstellen benennt beziehungsweise auf Probleme hinweist in sehr intersektionaler Weise, würde ich jetzt sagen, mit meinem Wording, also aus verschiedenen Perspektiven, in verschiedenen Themenbereichen, sehr lesenswert. Wir fangen an mit Ihnen, Herr Burmeier. Welche Herausforderungen bringen Krisensituationen für das Grundrecht beziehungsweise die Grundrechte? Ja, ich denke, wir haben das jetzt gerade noch mal relativ aktuell erlebt. In der Corona-Pandemie gab es ja auch große Diskussionen darüber, ob die Grundrechte, ob die Freiheit den nötigen Raum noch bekommen angesichts der Krise, der großen globalen Krise, vor der wir alle standen. Und ich glaube, ein ganz zentrales Problem in solchen Situationen ist, dass wenn eine Krise die Gesellschaft fest im Griff hat, dann entsteht so ein unmittelbarer Eindruck von Handlungsdruck. Ja, wir mussten in der Pandemie etwas tun, damit sich nicht zu viele Menschen infizieren, damit nicht zu viele Menschen krank werden, die Krankenhäuser irgendwann zusammenbrechen. Da gab es einen unmittelbaren Handlungszwang und angesichts eines solchen Handlungszwangs gerät die Freiheit schnell ins Hintertreffen, weil sie scheinbar etwas sehr Abstraktes ist und weil man auch gar nicht unmittelbar merkt, wozu es führt, wenn diese Freiheit weggenommen wird. Das heißt also, wir haben den starken Druck und wir haben ein scheinbar nur abstraktes Gewicht auf der anderen Seite und das ist einfach sehr gefährlich. Man fasst das gerne ja zusammen mit dieser etwas knackigen, aber doch auch irgendwo treffenden Formel Not kennt kein Gebot. Und zugleich fällt bei dieser Formel Not kennt kein Gebot ein zweiter ganz wichtiger Grundsatz hinten runter und das ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der nämlich bedeutet, ja, Grundrechte gelten nicht absolut, Grundrechte können eingeschränkt werden, um andere wichtige Güter zu schützen, zum Beispiel Leben und Gesundheit, aber diese Eingriffe sind eben auch nicht grenzenlos möglich, sondern diese Eingriffe müssen ihrerseits verhältnismäßig sein, also geeignet, erforderlich, angemessen und auch das gerät schnell aus dem Blick, wenn es da so einen starken Handlungsdruck gibt, zum Beispiel eine Pandemie zu bekämpfen und das sind aus meiner Sicht so die beiden zentralen Gefahren für Freiheitsrechte in der Krise. Frau Leutheiser-Schnarrenberger, Freiheitsrechte, Krise und wir haben jetzt, Not kennt kein Gebot, wir hatten jetzt erst vor kurzem das Thema mit der Pandemie auf dem Tisch. Also ich lehne natürlich diesen Grundsatz in diesem Kontext strikt ab, Not kennt kein Gebot, denn das hieße ja, alles geht mit Blick auf die Grundrechte und genau das sieht eben unser Grundgesetz nicht vor. Wir haben keinen verfassungsrechtlich vorgesehenen Ausnahmezustand für solche Krisen, Katastrophen, jetzt hatten wir eine Pandemie, kann ja auch andere Formen geben, wo gleichen Teile der Grundrechte oder alle und der Rechtsschutz beschränkt oder außer Kraft gesetzt sind. Das ist in manch anderen Staaten der Fall. Frankreich kann so einen Ausnahmezustand aufgrund der Verfassung verhängen. Dann sind sie relativ rechtlos mal für eine nicht ganz unbestimmte Zeit. Also das ist natürlich immer eine Gefahr für die Freiheitsrechte und ich möchte nicht nur die Pandemie nennen, das hat der Burmeier gemacht, sondern 9-11 steht ja auch in ihrem Oberbegriff, in ihrem Veranstaltungsthema heute. Und 9-11 war natürlich eine andere Form von Gefahr. Es war jetzt keine Krise für den Staat Deutschland, dass da alle Bevölkerung, alle Menschen, die gesamte Bevölkerung hätte betroffen sein können. Das ist ja eben bei einer Pandemie, bei einem Virus der Fall, sondern ganz bestimmte Gruppen, weil Anschläge drohen, die Terroristen sich überlegt haben aus islamistischer Motivation oder Überzeugung heraus. Und da war aber auch so eine Situation da. Der Staat fühlte sich damals, Otto Schilly ist ja der Inbegriff, damals für staatliches Handeln, Otto-Kataloge, fühlte sich unter Druck, jetzt auch unbedingt endlich mal mehr Sicherheitsgesetzgebung zu machen, um dann potenziellen terroristischen Angriffen, die man mit Sicherheit nicht als Gefahr leugnen konnte, auch besser und umfassender und schon präventiv begegnen zu können. Und dann ergibt sich ganz schnell, ich war damals Mitglied im Bundestag, ergibt sich ganz schnell so eine Eigendynamik, die man von außen gar nicht nachvollziehen kann. Also einmal so, der Druck wird ja auch durch Reden mit erzeugt, beim Virus nicht so sehr, das war da, aber bei der Gefahr damals 9-11 wird auch von Politikern gern Angst geschürt, Unsicherheit, große Gefahr, ganz schlimm, Gefährdung, Leibleben, da kann man doch unbedingt mal so ein bisschen Einschränkungen von Grundrechten hinnehmen. Dann kommt ein Gesetzentwurf, der massive Beschränkungen vorsieht, in vielen Bereichen, verboten von Vereinigungen, Überwachungsmaßnahmen, Sicherheitsüberprüfungen und so weiter. Und wenn der erst mal auf dem Tisch liegt, den kriegen Sie nie mehr ganz weg. Und das ist Ziel und Strategie von Politik. Dann wird ein bisschen rumverhandelt, damals unter erheblichem Zeitdruck, das war schon unanständig, ging eigentlich gar nicht richtig in der Sache. Und am Ende bleibt dann mit einmal ein Gesetz übrig, was nicht nur befristet ist für diesen einen Fall, sondern, und das ist ein bisschen anders noch als bei der Pandemie mit der Bundesnotbremse, sondern dann erst mal weiter Wirkung entfaltet für auch andere Gefährdungen. Und das ist eben, weil so ein Mainstream da ist, weil die Politik zum Teil Stimmung erzeugt, an Unsicherheit schürt. Das führt dann dazu, dass so schnell, wie man es sich gar nicht vorstellen kann, Grundrechte beschränkt sind. Und dann kommt mein Lieblingssatz, in Anführungsstrichen, wenn man dann sagt, ja, da gibt es aber verfassungsrechtliche Bedenken, dann können Sie zum Verfassungsgericht gehen. Das klärt das dann schon. Wir handeln jetzt erst mal. Und das ist eben, Not kennt kein Gebot, in vollkommen falscher Form. Und dem muss man eben vehement widersprechen. Vielen Dank. Herr Thurn, im Grundrechte-Report haben Sie sich auch damit beschäftigt, also gerade mit der aktuellen, zuletzt auch mit dem Verfassungsgerichtsurteil zur Bundesnotbremse. Könnten Sie, ach, Sie haben den Text dazu geschrieben, oder? Aber Sie sind der Herausgeber. Ich gucke jetzt zum Herausgeber. Entschuldigung. Gar kein Problem. Also in der Tat haben wir unter diesen 40, wir hoffen, ganz gut lesbaren, kurzen Texten zu ganz unterschiedlichen Themen, auch einen Text von Ulf Burmeier zu der Entscheidung des Verfassungsgerichts zu den Ausgangssperren, also Teil dieser Bundesnotbremse. Oder wie, glaube ich, im Bundestag damals gesagt wurde, auch ein bisschen angstschürend und pathetisch dem Gesetz für das Leben. Und damit kann man dann alles irgendwie rechtfertigen. Und da argumentiert Ulf Burmeier, es ist jetzt ein bisschen witzig, dass ich das jetzt wiedergebe, dass das Ergebnis vielleicht nicht völlig unvertretbar war, dass man so ein Ergebnis schon hätte in gewisser Weise rechnen können oder dass es jedenfalls im vertretbaren Rahmen war, aber dass die Begründung des Verfassungsgerichts, also die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in dem Fall doch bedenklich ist und auch Gefahren birgt der Übertragbarkeit vielleicht auf andere Zusammenhänge. Um es nochmal vielleicht in meinen Worten zu sagen, ein Kernproblem der Entscheidung oder dieser Ausgangssperren aus meiner Sicht ist, dass mit dem Ausgang aus der Wohnung ja schon ein Verhalten verboten wird, was für sich genommen noch ungefährlich ist. Es wird also vorverlagert. Man knüpft nicht erst an das möglicherweise gefährliche Verhalten, den Kontakt mit anderen an, sondern man geht eine Stufe zurück. Und ob das geht oder unter welchen Voraussetzungen das geht, also ein für sich genommen objektiv und auch nach Meinung des Gesetzgebers noch nicht gefährliches Verhalten schon zu verbieten, weil das die Durchsetzung von anderen Verboten erleichtert oder ermöglicht. Ob das eigentlich verfassungsrechtlich so zulässig ist, das wurde gar nicht richtig als Frage aufgeworfen, geschweige denn beantwortet. Und ich finde, da kann man schon einen Zusammenhang sehen zu Dingen, die wir heute hier teilweise besprochen haben. Was ist mit Überwachung, Erhebung von Massendaten? Was ist mit dieser allgemeinen Vorverlagerungstendenz, die es auch in diesen Bereichen gibt? Also wenn auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen im Fall dieser Modelle zu der Entwicklung der Corona-Pandemie oder aufgrund von anderen statistischen Modellen, Algorithmen und so weiter, ein Verhalten gar nicht mehr selbst irgendwie einen Grad von Verantwortlichkeit für einen späteren Schaden haben muss, sondern einfach aufgrund statistischer wissenschaftlicher Erkenntnisse dann schon verboten werden kann, eine Stufe davor, dann ist das, glaube ich, insgesamt eine problematische Entwicklung. Wollen Sie dazu? Also ich wollte vielleicht nur noch ergänzen, auch wenn man das Ergebnis man irgendwo auch begründen kann. Es gab ja auch vorher andere instanzliche Entscheidungen, die hatten eine Ausgangsbeschränkung in der Form so nicht für rechtmäßig erkannt. Aber meine große Kritik und Sorge an dieser Entscheidung ist, dass die eben nicht begrenzt bleibt auf jetzt diesen speziellen Bereich einer Pandemie und dieses Gesetzes, was ja nicht mehr vollzogen werden muss, sondern wo selbst schon die Geh- und Verbote drinstehen. Und wenn da dieser, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, weite Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers angenommen wird, weil es eben hier eine Gesundheitsgefahr nicht unerheblichen Ausmaßes, aber auch sehr abstrakt genannt gibt, dann ist das ein Schritt hin, wirklich für andere Gefährdungssituationen auch so zu entscheiden. Und das würde die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes der letzten Jahre, die gerade in diesen Grundrechtsfragen doch eine gewisse Kontinuität aufweist, wo die ja auch teilweise der Politik sagen, lest ihr mal unsere Urteile gefälligst, dann müsst ihr nicht immer denselben Schmarrn wieder falsch machen, Bundeskriminalamtsgesetz zum Beispiel. Wenn das sich jetzt ändern würde, durch dieses Urteil zur Bundesnotbremse, zu dieser Gesetzgebung zur Pandemie, dann wäre das eine echte Katastrophe. Denn das kann dann wirklich die Grundrechte im Kern aushöhlen. Also das ist ja fast Gesundheitsschutz, wie so Grundrecht auf Sicherheit, Grundrecht auf Gesundheitsschutz. Und damit ist am Ende alles erst mal legitimiert und verfassungsrechtlich möglich. Nicht über ewig lange Zeit, aber erst mal so, dass da der Gesetzgeber und dann auch die Exekutive gleich hinterher handeln kann. Und deshalb ist für mich diese Entscheidung, ehrlich gesagt, auch so oberflächlich. Ich hatte gedacht, dass die da mal intensiver anfangen zu prüfen. Die haben sich ja wirklich da im Allgemeinen bewegt. Haben quasi gesagt, das muss eigentlich rauskommen. So und jetzt gucken wir mal, wie wir uns ohne allzu viel Arbeit, haben natürlich eine interne Anhörung gemacht, war keine mündliche Verhandlung, hätte in dieser Sache sein müssen. Und da sehe ich diese Entscheidung echt mit Sorge. Und da muss man jetzt alles tun argumentativ, um auch mit irgendwelchen Sätzen aus der Begründung immer wieder deutlich zu machen, das bezieht sich nur auf die Pandemie und auf nichts anderes. Ja, aber selbst das ist ja nicht unproblematisch. Das bedeutet ja auch Pandemiebekämpfung als Supergrundrecht. Und das wollen wir ja eigentlich gerade nicht. Wir wollen ja eigentlich gerade eine Verfassungsordnung, wo alle Grundrechte grundsätzlich mal denselben Rang haben und man dann einzelfallbezogen, also mit Ausnahme der Menschenwürde natürlich, und man dann einzelfallbezogen eben sie zueinander in ein sinnvolles Verhältnis bringen muss. Und das ist das Gefährliche an dieser Entscheidung. Außerdem habe ich kritisiert, dass das Bundesverfassungsgericht im Grunde die Erforderlichkeit einer Maßnahme gar nicht mehr ernsthaft prüft. Und das ist auch ein großes Problem. Das ist genau dieser Freifahrtschein, Frau Schnarrenberger, der gerade auch bei Ihnen anklappt. Die sind ja gar nicht in die einzelnen Vorgaben. Das ganze Gesetz ist ja eine lange Katalog, bis Y oder wie auch immer, wo überall drinsteht, was man alles verbieten kann. Und die haben ja keinen einzelnen Punkt geprüft. Hätten die ja machen müssen, wenn man es verfassungsrechtlich korrekt macht. Verhältnismäßigkeit erforderlich, notwendig, angemessen. Jetzt haben wir die Entscheidung auf dem Tisch. Wie verhindern wir die Katastrophe? Ja, einmal durch die gesellschaftliche Freiheitsrechte. Ja, dann. Also ich sage es mal so, wir geben alles, so stark wir eben sind. Wir versuchen tatsächlich Gesetze, die problematisch sind für unsere Freiheitsrechte, auch systematisch anzugreifen. Das ist ja quasi unsere Mission, dass wir also wirklich systematisch das Handeln der Gesetzgeber im Blick behalten. Der Gesetzgeber, also sowohl auf Bundesebene, das hat es ja vielleicht immer schon gegeben, da haben Sie sich ja auch schon sehr engagiert, aber insbesondere auch auf Landesebene. Denn das ist bislang, würde ich denken, eher anekdotisch passiert. Und wir versuchen eben, das auch zu tun. Wir können jetzt nicht alle 16 Gesetze angreifen, aber wir können jedenfalls exemplarisch, sagen wir mal, die besonders problematischen rausgreifen. Aber so viel Werbeblock sei mir erlaubt. Das geht natürlich auch nur, wenn wir Fördermitglieder haben, die die Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützen. Dazu muss man sagen, Sie nehmen keine öffentlichen Gelder an, sondern da gibt es das Prinzip, dass Sie sagen, Sie möchten der Unabhängigkeit wegen... Und ich glaube, es ist wichtig, es gibt ja auch den Verfassungsblock, würde ich jetzt auch nochmal erwähnen. Also es muss jetzt dazu auch eine Debatte stattfinden. Auch im Kreis Juristen, das wird schon wahrgenommen, nicht nur einmal vom Gesetzgeber, sondern auch von dem Verfassungsgericht. Da wird ja gelesen, was so an juristischen Bewertungen kommt, an Einordnungen. Es gibt schon einige Aufsätze, ja zur Bundesnotbringung, zu diesen Punkten, die wir angesprochen haben. Also auch da rausarbeiten, also einmal, was man kritisiert, aber auch aus meiner Sicht ganz wichtig, dass das keine Blaupause für künftige Maßnahmen sein kann, in einer anderen Form, die krisenhafte Elemente beinhaltet. Das ist in meinen Augen ganz, ganz entscheidend, damit nicht so eine allgemeine Stimmung da ist. Jetzt haben wir ja mal, wunderbar, endlich gibt es mal ein Urteil. Der Gesetzgeber ist happy, hat nichts zerrupft, sondern es bleibt schön bestehen. Und das ruft ja nach mehr. Und da muss man auch, ich denke mal so von der Debattenkultur her, in den Fachkreisen gegenhalten. Ja, und das ist aus meiner Sicht übrigens nicht nur wichtig, eigentlich nur ein ganz kurzer Satz, nicht nur wichtig zum Schutze der Grund- und Freiheitsrechte, sondern auch im Interesse einer sinnvollen Gefahrenabwehr. Denn das ist ja das Problem, dass häufig Sicherheitsgesetze zum Beispiel oder auch Pandemiebekämpfungsgesetze nur vorgeben, die Sicherheit zu stärken oder die Pandemie zu bekämpfen. Wir hatten zum Beispiel bei der Bundesnotbremse gerade argumentiert, warum eigentlich gibt es keine wirksame Homeoffice-Pflicht? Wieso müssen die Menschen zu Hause bleiben, dürfen aber ins Büro fahren und in der S-Bahn sich dann mal so ihre persönliche Dosis Corona abholen? Das ist doch absolut widersinnig. Da hat der Gesetzgeber letztlich willkürlich eine belastungsintensive Maßnahme gewählt und eine für viele Menschen weniger einschneidende Maßnahme nicht gewählt und damit außerdem auch die Pandemie schlecht bekämpft. Das wäre meine These. Auch gerade für Künstler, auch mit extremen Auflagen, mit Abstand, mit allem. Das hat man im Wirtschaftsleben nicht gemacht, aber für Künstler den ganzen Bereich, mit Ausnahme der staatlichen Orchester, die waren abgesichert. Für alle anderen war es ja quasi ein Gewerbeausübungsverbot, Berufsausübungsverbot. Und das war eigentlich mit Blick auf manch andere Maßnahmen. Ich darf einkaufen gehen, ich kann viele Dinge machen, das nicht. Und gerade diese Vergleichbarkeit hat ja das Verfassungsgericht gesagt, nee, zählt nicht. Ich wollte Sie gar nicht stören hier auf dem Podium als Moderatorin. Ich wollte nur Herrn Thurn auch mal die Möglichkeit geben, er rutscht schon auf seinem Stuhl hin und her. Danke, danke, kein Problem. Ich glaube, es gibt ganz viele Orte oder Baustellen, an denen wir da tätig werden müssen oder können alle vielleicht unterschiedlich, je nach ihren Möglichkeiten, Feldern, wo sie aktiv sind. Wer in einer demokratischen Partei sich engagiert, was bestimmt gut ist, könnte zum Beispiel versuchen, darauf hinzuwirken, dass Justizpolitik vielleicht ernster genommen wird, als es in den meisten Parteien der Fall ist. Beispiel jetzt die FDP, die ich in den Corona-Diskussionen oft als noch an Grundrechten und Verhältnismäßigkeit orientiert wahrgenommen habe, könnte, wenn sie jetzt ein Verfassungsrichter Vorschlagsrecht hat, darauf achten, dass das eine Person dann vorgeschlagen wird, die da einen Schwerpunkt hat, besondere Expertise hat, eine bürgerrechtliche Haltung hat, die vielleicht dann ihrer jetzt entspricht. Wir, die wir jetzt nicht in diesen Parteien sind, können uns auf ganz unterschiedlichen Foren, denke ich, engagieren und einen wichtigen Punkt ist meiner Meinung nach auch, was Sie schon angesprochen haben, es gab schon, finde ich, in der Rechtswissenschaft, aber auch in der öffentlichen, politischen Diskussion jetzt eine sehr starke Polarisierung, wo man dann teilweise nur noch bei den Leuten geschaut hat, die so schon derselben Meinung sind wie man selbst und andere völlig irrationalisiert oder zu Schwurblern und Leugnern erklärt wurden. Im einen Fall, im anderen Fall gab es noch viel schlimmere Beschimpfungen natürlich. Also da auch vielleicht wieder so ein bisschen runterzukommen und mal in einer gewissen Ruhe zurückzuschauen, was vielleicht auch bei sinnvollen Maßnahmen nicht richtig gelaufen ist, würde, glaube ich, insgesamt ganz gut tun. Inwiefern spielen denn auch technische Mittel zur Krisenbewältigung eine Rolle, beziehungsweise sie spielen auf jeden Fall eine Rolle, wir wissen es, Corona-Warn-App etc. Aber gibt es da vielleicht auch etwas, so eine Art roten Faden, den man sehen kann zwischen den Krisen und zwischen 9-11 und jetzt, wie damit umgegangen wird, was man vielleicht hätte gelernt haben können schon vorher und nicht gelernt hat oder gelernt hat? Also ich möchte bei der Corona-Pandemie die Corona-Warn-App durchaus mal positiv hervorheben und zwar einfach deswegen, weil sie zum einen datenschutzrechtlich, glaube ich, über nahezu jeden Zweifel erhaben ist, denke ich. Also es ist wirklich ein Vorbild, wie man datenschutzkonform tatsächlich die Pandemie bekämpfen kann. Ja, wir haben verzichtet auf einige bestimmte Funktionen, die möglich gewesen wären, Stichwort Cluster-Erkennung. Auf der anderen Seite ist es aber jetzt eine App, die tatsächlich auch niemanden mehr überwacht. Das ist das eine. Und ein zweiter, wirklich sehr positiver Aspekt, ist quasi der Modus, in dem diese App erstellt worden ist, nämlich als Open-Source-Projekt unter jedenfalls gewisser Beteiligung auch der Öffentlichkeit. Mit anderen Worten, der Quelltext dieser App steht der Öffentlichkeit zur Verfügung, um sie kritisch zu prüfen, um damit auch Vertrauen zu wecken. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein Beispiel für Softwareentwicklung der öffentlichen Hand. Ja, das war ein sehr teures Projekt. Da muss man sich schon die Frage stellen, ob das wirklich nötig war. Aber grundsätzlich zu sagen, Code, den die öffentliche Hand programmiert oder programmieren lässt, der sollte auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, das finde ich sehr positiv. Und das ist was schon anders, als wenn man mal an 9-11 und danach folgende Gesetzgebung betrachtet. Da spielte immer auch eine Rasterfahndung eine Rolle. Das ist jetzt natürlich ein anderer, genau gegensätzlicher Zugang. Ich will möglichst viele Leute finden. Ich will ein Netz aufwerfen, um mit bestimmten Kriterien Leute zu erfassen. Und das ist ja schon eine ungute Entwicklung. Da hat ja das Verfassungsgericht dann auch immer wieder zu Ländergesetzen auch korrigierend eingegriffen. Also die Technik zu benutzen, um Informationen zu sammeln und weiterzugeben bei der App zum Schutz, frühzeitige Erkennung, Maßnahmen ergreifen zu können. Aber auf der anderen Seite bei 9-11 und überhaupt Terrorismus, Sicherheitsgesetzgebung, doch zu versuchen, so viele Daten wie möglich zu haben und so viele Daten wie möglich an alle möglichen vielen Stellen zu haben und zu übermitteln. Also was der Verfassungsschutz macht, möglichst auch an die Polizei und dann auch an die Staatsanwaltschaften geben, also die Übermittlung von Daten. Und wenn das nicht wirklich auf einer klaren, begrenzten Grundlage erfolgt, ich weiß es noch gut, bei der Rechtsextremismus-Datei, die ja eingerichtet wurde und auch die Antiterrordatei, wo dann immer mit diesen Blankofeldern wurde dann immer versucht, noch möglichst viel zu bekommen. Alles hat irgendwo dann beim Verfassungsgericht in einzelnen Punkten, Rechtsextremismus nicht, aber Antiterrordatei hat dann immer keinen Bestand gehabt. Also da ist man eher falsch vorgegangen, transparent sowieso nicht, auch nicht nachher, sage ich mal, wirklich nachvollziehbar, was passiert mit den Daten, diese Kontakt- und Begleitpersonen und irgendwie, da wird ja versucht, ein großes, breites Spektrum von Menschen zu erfassen, weil man meint, dann würde man einen möglichen Gefährder finden, was ja ein berechtigtes Anliegen vom Ziel her ist, der Politik und das müssen die ja auch, aber das war doch eher so in der Richtung immer gehend, im Zweifel grenzen wir halt ein bisschen mehr mal Persönlichkeitsrechte und Datenschutz ein und das war bei der App anders. Glauben Sie, ein Grund dafür könnte sein, dass bei dem einen eben nicht der Datenschutz und die Freiheit von allen betroffen war, sondern eben einer bestimmten Gruppe, von der viele meinten, hat mit mir nichts zu tun? Das spielt so eine Rolle, also ich habe nichts zu verbergen, kommt ja daher, dieser Satz, also die können auch ruhig von mir, ich kenne ja keinen Terroristen, ich war auch noch nie im Umfeld, das weiß ja keiner von uns, aber die können ja von mir nichts erfassen. Das ist so, diese Vorstellung, ich kann ja nicht betroffen sein und dann wird dieses Grundrecht nicht zu einem, was eben anderen zusteht, die betroffen sein können, sondern dann sieht man das nur aus sehr, aus einer persönlichen Warte und das senkt dann die Schwelle sehr bei Gesetzen, die eben genau dann sagen, ja, es sind ja nur ganz wenige betroffen und die aus guten Gründen und das ist immer ein Treiber. Also in der Argumentation, in der politischen, gerade dann immer mit dem Innenministerium, mit den Innenpolitikern und Fachleuten, ist das immer das Kernthema. Ist doch alles gar nicht so schlimm und wir machen das und der Richtervorbehalt kommt auch irgendwann nochmal, den ich ja nicht für das große Rechtsschutzmittel halte, aber egal und das wird dann alles ganz rechtsstaatlich eingehegt und nichts passiert und immer wieder hat das Verfassungsgericht korrigiert bis zur Übermittlung von Daten, Bundeskriminalamtsgesetz, jetzt in Bayern, Bayerische Verfassungsschutzgesetz und nächste stehen an. Ja, beim BKA-Gesetz sind wir ja dran. Also das ist ja jetzt so langsam ausjudiziert, was die Ermittlungseingriffe angeht und jetzt schauen wir uns mal diese verschiedenen Datensilos und diese entgrenzte Speicherung und Weitergabe an. Deswegen, also wir sind schon dran, wir geben alles. Aber ich meine nur von der Sicht des Gesetzgebers her, so wie laufen so Meinungsbildungen und wie wird so argumentiert und egal was passiert ist in den letzten 20, 30 Jahren, jetzt nach 9-11 eben 20 Jahren, 21 Jahren, es wird immer wieder in derselben Richtung, mit derselben Argumentation vorgegangen, eben mit einer neuen technischen Maßnahme, weil digital oder so hat sich viel entwickelt und es ist immer dasselbe Argumentationsmuster und da kann das Verfassungsgericht sich die Finger pinselig schreiben, fummelig schreiben und dann trotzdem macht der Gesetzgeber wieder was, was da kassiert wird. Und das ist eigentlich das Unbefriedigende. Auf die Frage nach der, danach wer eigentlich betroffen ist und inwieweit das ungleich ist, wollte ich noch kurz eingehen. Denn das ist ja tatsächlich, man muss das nicht als eine Strategie von Spaltung und von Ausschlüssen und so weiter begreifen, aber oft gibt es, finde ich, in der Gesellschaft schon Reaktionen von mangelnder Empathie oder Solidarisierung, oder? Dann werden zum Beispiel, haben wir einen Artikel im Grundrechte-Report über das Ausländerzentralregister, für eine bestimmte Gruppe Daten gesammelt in besonders krassem Umfang und auch ohne Einhaltung vom Zweckbindungsgrundsatz. Und da können natürlich viele Leute sich denken, ja, mich betrifft das nicht und das ist doch bestimmt total sinnvoll, die Migrationskontrolle und so weiter. Und ja, empfinden sich nicht als gleich, als mitbetroffen, verstehen nicht, dass das vielleicht oft Vorboten sind für Entwicklungen, die es später in anderen Bereichen gibt, um nochmal eine Gruppe zu nennen, die vielleicht auch so im linksliberalen Milieu, das den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schaut und die Zeit oder die Süddeutsche Zeitung liest, oft nicht so gern gesehen wird und oft vergessen wird, sind Fußballfans, wo man dann oft denkt, das sind aber jetzt wirklich alles so betrunkene, aggressive Männer, da ist es vielleicht ganz in Ordnung, wenn da mal. Aber da werden natürlich auch Dinge, ein bisschen zu Crowdcontrol, aber viel Datenerhebung und so weiter ausprobiert, die dann auf Demonstrationen übertragen werden, die dann in andere Bereiche übertragen werden. Die kurdische Bewegung ist, könnte man an der Stelle noch nennen, es gibt viele Fälle, wo zu viele Menschen wahrscheinlich denken, das betrifft mich ja nicht wirklich und da werden diese Sicherheitsbehörden doch bestimmt schon das Richtige machen und da schaut man dann leider nicht so genau hin. Ja, vielleicht noch einen Satz zu diesem, die Sicherheitsbehörden werden, da fällt mir nämlich gerade tatsächlich ein, wie soll ich sagen, ein Stichwort ein und das ist die Frage mit dem Vertrauen. Können wir eigentlich unseren Sicherheitsbehörden vertrauen und ich würde jetzt mal ganz polemisch sagen, in einer Demokratie dürfen wir das gar nicht. Und zwar nicht deswegen, weil die Polizei böse ist oder weil alle Polizeibeamtinnen böse sind und ständig ihre Kompetenzen überschreiten. Darum geht es überhaupt nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie das in aller Regel nicht tun, sondern es geht gerade um eine kritische Distanz, die in einer Demokratie letztlich die Grundlage ist für Gewaltenteilung und die Grundlage dafür ist, dass eben niemand über die Stränge schlägt. Deswegen geht es überhaupt nicht darum, Vertrauen zu haben, sondern es geht darum, das gesunde, demokratisch-rechtsstaatliche Misstrauen zu haben, das sich übrigens genauso gut beziehen muss natürlich auf die Zivilgesellschaft. Auch der Zivilgesellschaft muss man gesundes Misstrauen gegenüberbringen und zum Beispiel schauen, wer bezahlt da eigentlich wen, wie finanzieren sich NGOs? Das ist zum Beispiel Gegenstand unseres Gesetzentwurfes zur Reform der Gemeinnützigkeit. Mehr Transparenz, mehr Rechenschaftspflichten. Wir müssen uns natürlich auch in die Karten schauen lassen, was wir tun und das gilt auch für die Justiz. Natürlich muss man schauen, wie verdienen eigentlich Richterinnen und Richter ihr Geld? Was machen die denn so noch in ihrer Freizeit? Alles so Dinge. Auch Philipp guckt gerade gleich schon ein bisschen kariert. Klar, wenn es um die eigenen Angelegenheiten geht, ich weiß, du machst ja gar nichts. Alles gut. Aber nein, wenn es um die eigenen Angelegenheiten geht, dann denkt man immer so ein bisschen, hm, aber ich glaube, Misstrauen ist gesund in einer Demokratie. Misstrauen bedeutet nämlich nicht die Annahme von Fehlverhalten, sondern einfach nur das genauer Hinschauen und die Transparenz und die Rechtsstaatlichkeit. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, da, Sie müssten ein Mikrofon abwarten, das kommt aber schon, ist auf dem Weg zu Ihnen. Wenn Sie doch einmal den, ach so. Ja, das klang jetzt ganz am Anfang dieser Podiumsdiskussion an. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit vor dem Bundesverfassungsgericht auch anzuführen oder dagegen anzugehen, dass Gesetze, die besonders gravierend in Grundrechte eingreifen, dass die häufig im Eildurchlauf beschlossen werden. Also Frau Lauterser-Stangenberger, Sie hatten eben die Sicherheitsgesetze nach dem 9-11 genannt. Da ist aber auch der Staatstrojaner oder jetzt die Verschärfung der Wiederaufnahmevorschriften. Da konnte man ja immer wieder beobachten, dass keine Debatte stattgefunden hat und ja, diese Grundrechtseingriffe im Eilverfahren durchgegangen sind. Und gibt es da eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen? Die Integrationspakete übrigens auch. Also je mehr so ein Handlungsdruck da ist oder verschärft wird, erzeugt wird, umso schwieriger ist es dann. Das Parlament gilt ja oder galt noch vor der Pandemie als so ein Ort, wo in Ruhe beraten wird. Manche sagen ja deshalb, oh, das ist die Bürokratie pur, da mit diesen ganzen Beratungen und so, da kann man ja nie angemessen auf Krisen reagieren. Es gibt natürlich schon im Verfahren Möglichkeiten, denn Sachverständigenanhörungen per se sind ja was Gutes. Wenn sie rein als so Feigenblatt benutzt werden, nach dem Motto, da haben die Sachverständigen, haben so zwei Tage Zeit, sich auf ein Gesetz mit 300 Seiten vorzubereiten. Dann darf jeder 15 Minuten reden, dann dürfen zwei Fragen gestellt werden. Das ist natürlich keine Sachverständigenanhörung, wo am Ende was rumkommt. Und von daher gibt es Möglichkeiten, dass man das richtig nutzt. Aber es gibt auch mit Fristverkürzung, mit allem Möglichen, wenn dann die entsprechenden, meistens die Koalitionsfraktionen natürlich, nicht die Opposition, das dann auch beschließt, etwas teilweise wirklich so schnell zu beraten, dass in der Sache es wirklich eigentlich keine einigermaßen angemessene Befassung gibt, betrifft schon häufig diesen Sicherheitsbereich. Ich habe aber auch in meiner letzten Amtszeit Terrorismusbekämpfungsgesetze und Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetze. Und da war eine Evaluation, jedenfalls mal Zahlen aufbereitet, ein bisschen was mit Inhalten. Dann gab es intern mit Sachverständigen außerhalb der Ministerien, Fachgespräche mit Mitarbeitern. Also da war quasi schon drei Monate Vorlauf, bis man überhaupt angefangen hat, dann das Gesetz auch öffentlich zu beraten, also den Rentenentwurf und dann so weiter. Das ist eine Sache, die ist wirklich angemessen und gut und richtig. Man kann über Evaluierung, kann man ja auch Klauseln aufnehmen ins Gesetz, dass das zwingend geboten ist. Kommt dann die Frage, wie intensiv ist das? Aber das ist so ein Einstieg, um zu verhindern, dass zu schnell dann so im Eilmarsch was passiert. Ich würde mal sagen, bei der Pandemie zu Anfang war natürlich schon notwendig, als man einmal gesehen hat, wie rasant sich das Virus verbreitet, dann auch relativ schnell Regelungen zu haben. Und dann kann man sich eigentlich nur mit sehr kurzen Befristungen behelfen und dann sehen, wie man, und das war ja natürlich auch das Problem, den Sachverstand bekommt, der einem dann auch was sagen kann, um dann zu entscheiden, wie geht man weiter damit um. Und das war natürlich schon, ich denke mal, in den ersten, gerade 2020, schon eher eine sehr schwierige Situation. Aber es gibt so ein paar Verfahrensmöglichkeiten, aber wenn es gewollt ist von einer Mehrheit im Parlament, dann können Sie ein Gesetz auch in zehn Tagen durchhauen. Ergänzend dazu, also zu den bedrückenden Erfahrungen fand ich der jetzt der Pandemiebekämpfung, zu denen natürlich viel gehört, wie das immer noch handgeschriebene Zettel von irgendwie Krankenhäusern an Gesundheitsämter gefaxt werden und dann abgeschrieben werden und so weiter nach zwei Jahren. Gehörte, finde ich, auch die Qualität der Gesetzgebung. Und ich glaube, das lag nicht nur an dem Handlungsdruck, den Ulf Burmeier erwähnt hat und dem Zeitdruck, denn auch in Phasen relativer Ruhe, also zum Beispiel in dem Sommer jeweils, schon im Sommer 2020, hätte man eigentlich in aller Ruhe eine gesetzliche Grundlage dann ordentlich für den Herbst oder Winter vorbereiten können. Wenn man aus Ministerien da teilweise mit Leuten gesprochen hat, wurde da aber nichts mal für die Schublade, für die wahrscheinlichsten zwei, drei Szenarien entworfen oder ausgearbeitet, sondern dann immer erst, als es dann wirklich wieder akut wurde, eigentlich ein letztlich künstlich geschaffener Zeit- und Handlungsdruck und das hat zu einer ganz schlechten, finde ich, gesetzgeberischen Qualität geführt, zu einer völligen Unübersichtlichkeit. Ich hatte den Eindruck, außer Andrea Kießling aus Bochum und noch vielleicht drei Leuten hat am Ende niemand eigentlich mehr verstanden, was da genau in diesem 28, 28a so drin stand. Und Karl Lauterbach natürlich. Ja, der jetzt nicht, aber... Hoffen wir. Also das hätte man, glaube ich, sehr gut vermeiden können, wenn man dann in Phasen einer relativen Ruhe dann zum Beispiel im Sommer 2020 da mit Sachverstand und so weiter das sinnvoll vorbereitet hätte. Wir hätten noch eine Frage, wenn Sie darauf nicht direkt eingehen wollen, dann würde ich... In einem Satz nur. Also ich teile da eine Einschätzung, Philipp, dass das natürlich ein Problem ist, wenn die gesetzgeberische Qualität leidet. Ich kenne das allerdings auch, sagen wir mal, so ein bisschen so aus der netzpolitischen Szene, dass immer sehr quasi auf Verfahrensregeln gepocht wird. Nach dem Motto, das ist jetzt ein bisschen zu schnell gegangen. Ja, ich sage mal so, ich will das gar nicht schönreden. Ich wollte nur sagen, das ist jetzt aber auch vielleicht nicht das zentrale Problem. Also wenn in einem schnellen Gesetzgebungsverfahren ein solides Gesetz rauskommt, dann ist die Geschwindigkeit als solches, glaube ich, nicht das Problem. Und ich glaube, wir sollten uns da eher nicht verkrampfen, wie das Verfahren jeweils ausgestaltet ist. Denn insbesondere das Bundesverfassungsgericht schaut da wirklich ja nur auf die Spielregeln des Grundgesetzes und schaut nicht darauf, gab es da genügend Zeit zur Beratung, gab es erst vor einem halben Jahr etwa mal eine Entscheidung, die sich nochmal diese Verfahrensregeln angeschaut hat und gesagt hat, nee, also Leute, das passt schon so. Deswegen, also das ist auch ein bisschen, sagen wir mal so, das ist ein Thema, das ein bisschen Gefahr mit sich bringt, von den eigentlichen Problemen abzulenken. Aber manches wird ganz lange beraten und nie besser, anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Seit 2006 wird das beraten. Gott, der Zombie. Ja, der Zombie. Ich würde auch, wenn Sie noch einen Augenblick warten können, da nochmal gerne einhaken, weil der Nachteil oder der Effekt von sehr schnellen Beratungen und Beschlüssen im Bundestag ist ja, dass es keine Zeit gibt, dagegen mobil zu machen und öffentliche Debatten und dadurch auch eine öffentliche Diskussion und Druck zu erzeugen. Insofern könnten Sie vielleicht einmal, weil Sie das jetzt auch schon mehrfach angesprochen hatten, PolitikerInnen fühlen sich unter Druck und also Otto Schilly, Sie hatten es genannt, macht dann mal ganz schnell was, was er für sehr effektiv hält oder was irgendwie ihn nach harter Linie aussehen lässt. Welche Rolle spielen denn öffentliche Debatten bei diesem Ganzen und nutzen Sie das oder inwiefern können Sie das auch nutzen, wenn Sie Beschwerden einlegen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Gesellschaft für Freiheitsrechte sieht sich natürlich als Teil der Zivilgesellschaft. Das heißt, wir sind uns darüber im Klaren, dass wir Debatten aufgreifen aus der Zivilgesellschaft und wir hoffen zugleich, dass unsere Verfahren auch Debatten anregen und dass sie Debatten neue Nahrung geben können. Denn wir sind uns darüber im Klaren, wir können nicht jedes Verfahren gewinnen. Wir haben eine weit überdurchschnittliche Quote von Verfahren, die wir gewinnen, aber wir werden nie alles gewinnen. Wir haben auch schon verloren. Die Bundesnotbremse war gerade ja ein prominentes Beispiel. Aber wir haben die Hoffnung, dass die Kommunikation unserer Verfahren selbst in einem solchen Fall noch ein großer Gewinn ist für die politische Diskussion in Deutschland, weil wir doch mit der Kommunikation unserer Fälle den Finger in die Wunde legen. Das heißt, selbst dann, wenn zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht im Ergebnis keine Verfassungsverletzung erkennen kann, dann heißt das ja noch lange nicht, dass alles in Butter ist, mal untechnisch formuliert. Dann kann ja trotzdem noch ein gesellschaftliches Problem bestehen und immerhin ist das dann durch unseren Fall auch, wie soll ich sagen, im Bewusstsein der Öffentlichkeit irgendwie nach vorne gerückt worden und wird dann hoffentlich Gegenstand einer politischen Auseinandersetzung. Und das ist tatsächlich auch integraler Bestandteil unseres Konzepts von strategischer Prozessführung. Natürlich führen wir vor allem Verfahren, von denen wir hoffen, dass wir sie gewinnen. Aber insbesondere, wenn wir quasi mehr Vertrauen aufgebaut haben, wenn die Leute wissen, im Prinzip machen die juristisch gute Arbeit, dann können wir vielleicht auch immer mehr, das ist auch bei uns noch eine Debatte, die nicht abgeschlossen ist, aber dann können wir immer mehr auch wagen, sagen wir mal, etwas wackelige Verfahren vor Gericht zu bringen, einfach mit dem Ziel zu sagen, entweder gewinnen wir, dann haben wir das Recht fortgebildet oder wenn wir nicht gewinnen sollten, dann wissen wir jetzt immerhin, das Recht ist an dieser Stelle defizitär und das ist dann wiederum eine Steilvorlage für den politischen Prozess. Das ist schön, so oder so haben Sie Recht am Ende. Nicht Recht bekommen, aber immerhin Recht. So gehe ich auch durch die Welt. Wollten Sie dazu noch was? Also ich kann mal aus meiner Erfahrung sagen, jetzt zum sogenannten großen Lauschangriff, jetzt so ein bisschen länger zurück, da hat der Spiegel, eine Sonderausgabe oder hat eine schwarze Titelblatt gehabt und dann gezeigt, also wenn der es kommt, dieses Abhören, dann wird quasi alles erfasst und wollte durch diesen schwarzen Titel da besonders darauf aufmerksam machen. Das war alles wunderbar. Der Nachteil war, das war so zwei Tage bevor es im Bundestag verabschiedet wurde. Die hatten wirklich die Debatte komplett verpennt und ich glaube, wenn das viel eher losgegangen wäre, hätte man vielleicht noch nicht ganz verhindern, aber vielleicht im einen oder anderen Punkt doch noch in diesem Gesetz, was nach diesem Grundsatzbeschluss jetzt dann auch bei der FDP auf den Weg gebracht worden, was ändern können und dann ist es ja dann kassiert worden. Aber da war die Medienkommunikation sehr defizitär. Also ich kann das, wenn ich das hier mal sozusagen kurz aus meiner Rolle rausspringend einbringen darf, nur bestätigen. Ich bin ja Journalistin von Hause aus, wie man so schön sagt und ich kann nur sagen, dass wenn man so wenig Zeit hat, es ist eigentlich nicht möglich, gut darüber Bericht zu erstatten, insbesondere wenn man selber keine Juristin ist, dann nochmal Expertinnen anrufen muss und gerade, also deswegen hatte ich es kurz eingeworfen, gerade bei der Migrationsgesetzgebung ist das sozusagen Usus, dass das in so Schnellverfahren durchhuscht, also bis da Leute das mitbekommen, ist es schon beschlossen. Aber jetzt nochmal eine Frage aus dem Publikum. Ich habe eine Frage, die Sie auf den Titel dieser Problemsdiskussion bezieht und zwar dort stehen zwei Anlässe, die uns in eine Krise gestürzt haben oder Krisen verursacht haben, 9-11 und Covid-19. Die dritte Krise steht uns gerade insofern bevor, dass wir einen Krieg vor unserer Haustür haben, der Millionen von Menschen in Not und Armut stürzt und wir in Deutschland sind in einem kollektiven Sicherheitssystem, das gegenseitigen Schutz verspricht. Wir haben in Deutschland einen Spannungsfall und einen Verteidigungsfall, der jeweils die Möglichkeiten aktiviert, wie zum Beispiel das Bundesleistungsgesetz, dass weitreichende Eingriffe in Grundrechte stattfinden dürfen und auch sollen, um eine größere Not zu beenden. Glauben Sie im Moment, dass diese Architektur, wie das Grundgesetz sie damals bei Krisen vorhergesehen hat, also pliegerischen Krisen, dass die adäquat ist in der Art, wie sich jetzt diese Krise durch die Bedrohung von Russland ankündigt? Oder ist das sozusagen eine Fehlkonstruktion von 70 Jahren, die nicht diese Art von Bedrohung antizipierte? Frage an alle auf dem Podium. Vielen Dank. Ich sage vielleicht insoweit nur kurz was dazu, weil mich das insgesamt vielleicht ein bisschen überfordert als Frage, als ja die Notstandsverfassung nicht ursprünglich im Grundgesetz drin stand, weil Sie jetzt von 70 Jahren gesprochen haben, sondern es eine lange Diskussion darüber gab oder in den 60er Jahren und vielleicht das Schlimmste verhindert werden konnte durch Proteste, auch von gewerkschaftlicher Seite und politischer Seite. Aber das ist ja eine damals wahrscheinlich zu Recht sehr umstritten gewesen, eine Verfassungsänderung, die 1968, glaube ich, diese Notstandsverfassung dann mit den verschiedenen Befugnissen, in den verschiedenen Zuständen sozusagen dann eingefügt hat, wonach das Parlament in gewisser Weise dann zugunsten der Exekutive entmachtet werden kann. Dann muss Deutschland im Krieg sein, wenn überhaupt so eine Situation eintreten sollte. Und das ist ja genau die Situation, die auch jetzt zu unterschiedlichen Bewertungen führt, wie politisch agiert wird. Und ich denke schon, dass das Oberziel richtig ist, sehr zu sehen, dass Deutschland nicht Kriegspartei wird. Nicht wie Putin das sieht, der definiert das so, wie es ihm gerade politisch passt, sondern wie wir das nach Völkerrechtsgesichtspunkten definieren. Und das, denke ich, ist ganz entscheidend. Dann sehe ich nicht, dass da irgendetwas, also an Notmaßnahmen, die natürlich dann sehr die Regierung und auch einzelne Minister in eine ganz besondere Situation bringt, auch zu Entscheidungen mit Eingriffen verbunden. Aber dann sehe ich nicht, dass wir da hinkommen. Und ich gehe nicht davon aus, dass Putin einen NATO-Staat angreift. Ein guter letzter Satz. Eine Restrationalität. Aber vielleicht könnten wir da noch mal kurz auch tatsächlich bleiben. Wir haben uns ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr stark mit asymmetrischen Konflikten und dem Spannungsverhältnis Gleichheit, Freiheit, Sicherheit beschäftigt. Und jetzt haben wir eine aktuelle Krise, den Angriffskrieg Russlands. Jetzt kann man, ich weiß gar nicht, wo der in der Kategorie von asymmetrischer Kriegsführung sozusagen steht. Das wäre auch noch mal eine Diskussion. Aber hat das noch mal für das Thema Grundrecht und Umgang und dieses Spannungsverhältnis, ist da etwas Neues für uns, was wir betrachten müssen? Also wie fordert das unsere Grundrechte heraus? Oder die Situation? Womit müssten wir so rechnen? Also ich finde ganz beruhigend, dass wir bislang jedenfalls ja keine Herausforderung für unsere Grundrechte haben. In Deutschland werden, glaube ich, Grundrechte jetzt nicht spezifisch eingeschränkt. Das einzige, also durch den Ukraine-Konflikt, das Einzige, was ich aus einer sozialpolitischen Perspektive problematisch finde, ist die Frage, was passiert denn eigentlich mit diesen 100 Milliarden für die Bundeswehr? Die fallen ja nicht vom Himmel. Welche sozialpolitisch wünschenswerten Projekte werden deswegen möglicherweise verzögert oder ganz gestrichen? Das ist aus meiner Sicht die große Frage, aber das ist jetzt nicht primär eine Frage der Grundrechtsverwirklichung, vielleicht mittelbar eine Frage der sozialen Grundrechte. Also welche Lebenschancen können wir zum Beispiel jungen Menschen geben? Können wir weiter in die Bildung investieren, so wie das eigentlich ja mal im Ampel-Koalitionsvertrag angelegt war? Beispielsweise können wir eine größere soziale Durchlässigkeit schaffen, dass also die sozioökonomischen Verhältnisse des Elternhauses nicht mehr so stark durchschlagen auf die Bildungschancen junger Menschen. Das wären so Gedanken, aber das ist glaube ich nicht das, worauf Sie jetzt hinaus wollen, oder? Oder die Fragestellung hinaus zielte. Also ich sehe jetzt nicht, dass wir eine Grundrechtsbeschränkung bekommen, indem zum Beispiel Flüchtlinge zwangseingewiesen werden in private Wohnungen. Also was wir nach dem Krieg hatten, so zum Beispiel. Das wäre ja ein Eingriff, eine Beschränkung vom Eigentumsrecht, wenn man nicht in der Lage wäre, mit Menschen, die wegen des Krieges fliehen müssen, zu uns kommen und wir nicht in der Lage wären, als Staat auf Bund- und Länderebene für Unterkunft zu sorgen. Das sehe ich aber wirklich nicht. Das ist ja doch eine, natürlich eine sehr dynamische Entwicklung, die sehr vom Kriegsverlauf und Kriegsgeschehen abhängt. Ich denke, die andere Debatte ist eine grundsätzliche politische Debatte. Denn wir haben ja auch sehr viele Pakete in den letzten Jahren mit Corona-Pandemie, Ausgleich, weil es ja keine wirklichen Schadensersatzansprüche nach der gesetzlichen Regelung zur Beschränkung von Gewerbeausübung, Berufsausübung, anderen Dingen gibt. Da sind Pakete geschnürt worden, die ja auch alle finanziert werden müssen. Und dann kommen wir irgendwann mal zum Punkt, wie ist denn die Verteilungsgerechtigkeit mit den Mitteln, auch mit denen, die man aufnehmen kann, als Schuld aufnehmen kann, also durch Darlehen, durch Kredite. Was ist da machbar und was bedeutet das auch für, ich sage mal, den sozialen Zusammenhalt, für den Blick auf die Gruppen, verbunden nochmal besonders jetzt mit der Inflation, die ja auch durch den Krieg mit noch angeheizt wird, Energieknappheit, andere Dinge mehr, dass man da wirklich in eine schwierige, angespannte soziale Situation kommen kann. Das sehe ich eigentlich als dann das Thema. Und das ist dann nämlich wirklich eine Krise. Ich glaube, die zentrale Gefahr für die westlichen Demokratien momentan liegt tatsächlich in der sozialen Spaltung. Ich glaube, das muss man sich klar machen, wenn wirklich nennenswerte Teile der Bevölkerung das Gefühl haben, sie sind quasi abgehängt, sie bekommen keine fairen Lebenschancen mehr und insbesondere auch ihre Wahlentscheidung ändert überhaupt nichts mehr in ihrer Situation. Ja, 55 Prozent der Menschen, der wahlberechtigten Menschen in Nordrhein-Westfalen haben nur von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Das kann eine Demokratin, einen Demokraten natürlich nicht ruhig schlafen lassen, dass die Menschen den Eindruck haben, ist doch wurscht, wer da sitzt. Mir wird es ohnehin nichts bringen. Es ist natürlich jetzt eine Unterstellung. Es kann auch Menschen geben, die einfach wegen des guten Wetters nicht zur Wahl gegangen sind. Aber trotzdem ist das ja ein zentraler Gegenstand der politikwissenschaftlichen und soziologischen Forschung. Warum gehen Menschen nicht zur Wahl? Und wir sind gerade einfach dabei, nennenswerte Teile der Bevölkerung sozioökonomisch abzuhängen. Und das hat eben auch demokratische Folgen. Sie gehen nicht mehr zur Wahl oder sie lassen sich von irgendwelchen extremistischen HeilsbringerInnen möglicherweise verführen. Und das ist natürlich was, wo wir ran müssen. Deswegen ist die Investition in mehr soziale Gerechtigkeit auch immer eine Stärkung der Demokratie. Dem Plädoyer schließe ich mich natürlich an und sehe auch momentan noch nicht, dass dieser symmetrische Krieg, an dem Deutschland hoffentlich sich nicht beteiligt oder nicht beteiligt wird, dass der Auswirkung unmittelbar hier auf die Grundrechtslage in Deutschland ein starkes Maße hat. Ich sehe vielleicht, wenn man ein bisschen pessimistisch wäre, die Gefahr so einer Übertragung von so einem Freund-Feind-Denken, vielleicht auch auf gewisse Situationen oder Konflikte im Land. Wenn man optimistisch denken will, ich neige eigentlich nicht so zu Optimismus, aber mir kam gerade ein optimistischer Gedanke. Es gibt ja jetzt im Umgang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine eine eigentlich erfreuliche Entwicklung, wenn man es mal positiv sehen will, dass Zugang zu Aufenthaltsrecht und auch zu Sozialleistungen sehr viel leichter jetzt ermöglicht wurde als 2015 und danach gegenüber Menschen aus Syrien und anderen Ländern. Das wird zu Recht viel kritisiert, als dass damit zweierlei Maß doch gemessen würde und so weiter. Aber wenn man das positiv sehen will, könnte man sich doch auch, könnte man doch auch hoffen, dass dadurch jetzt vielleicht auch für zukünftige andere Krisen und Migrationsbewegungen die Menschen hier lernen, was eigentlich ein vernünftigerer, ein humanerer Umgang ist mit Menschen, die in Not sind und die hierher kommen und dass man sich dann vielleicht daran auch erinnern wird und dass es auch auf andere Situationen insofern übertragbar sein wird. Mir fällt noch ein Aspekt ein, Stichwort Grundrechtsverwirklichung, der jedenfalls in einem gewissen Zusammenhang steht mit dem Konflikt in der Ukraine. Das ist nämlich das Stichwort Cyberwar und Cybersicherheit. Man muss sich natürlich vor Augen führen, dass Russland eben nicht nur einer der Nuklearstaaten ist, sondern auch mutmaßlich nach den Vereinigten Staaten und vielleicht China der Staat mit dem stärksten Cyberwar-Potenzial, also der Staat, der die weitreichendsten Möglichkeiten hat, sich in IT-Systeme aller möglicher Akteure, Akteurinnen hineinzuhacken und sie lahmzulegen. Wir alle wissen, mutmaßlich russische Hacker haben erst vor einigen Jahren den Deutschen Bundestag ins Visier genommen und massenweise Daten abgesaugt. Niemand weiß genau, welche eigentlich. Es gibt jetzt Berichte über Angriffe auf ukrainische Systeme für die Stromversorgung. Wir wissen, genau. Also es gibt reihenweise Beispiele und da muss man ganz deutlich sagen, hat jedenfalls die vergangene Bundesregierung ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Die Gesellschaft für Freiheitsrecht hat das immer wieder angemahnt. In unseren Staatstrojanerklagen haben wir nämlich darauf hingewiesen, dass das sogenannte IT-Grundrecht eben nicht nur eine Abwehrdimension hat, ja, Abwehr von Staatstrojanern, sondern auch eine Schutzpflichtdimension. Das heißt also, der Gesetzgeber muss sich schützend vor die Cybersicherheit stellen und da ist in Deutschland weitgehend tabula rasa. Ja, es gibt ein Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, ja. Das ist aber im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums angesiedelt und darf deswegen nicht so konsequent für Cybersicherheit kämpfen, weil das Innenministerium natürlich auch ein Interesse daran hat, dass Geräte hackbar bleiben, damit sie nämlich Trojaner einsetzen können. Ein offensichtlicher Zielkonflikt, weswegen wir immer gesagt haben, das BSI muss unabhängig werden. Das hat jetzt der Haushaltsausschuss immerhin mal in den Blick genommen. Also möglicherweise ändert sich jetzt was unter der Ampel, aber generell ist Cybersicherheit in der deutschen Rechtsordnung bislang ein weitgehend unbestelltes Feld und das macht uns alle angreifbar, wesentlich angreifbarer, wesentlich verletzlicher, als wir sein müssten. Und das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal als Appell an die Ampel richten, doch hier mehr zu tun, um die richtigen Anreize zu setzen für Hersteller von IT-Systemen, dass sie tatsächlich sich mehr Mühe geben, ihre Systeme sicher zu machen und dass sie insbesondere auch länger dafür einstehen, diese Systeme nachzurüsten, Updates anzubieten und das Ganze zeitnah. Das ist nur ein schmaler Ausschnitt des Problems, aber allein da könnte man zum Beispiel mit Haftungsverpflichtungen, pauschalen Schadenersatzsummen und Ähnlichem eine ganze Menge tun, einfach um den nötigen Druck zu erzeugen. Nur ein Wort, das IT-Grundrecht ist nie wirklich ernst genommen worden. Also jedenfalls die objektive Seite. Genau, weil das ist nämlich wirklich eine Verpflichtung, das haben die Verfassungsrichter auch damals ausdrücklich gesagt, dass es eine Verpflichtung des Staates ist, weil ich mich als Bürger nicht um die sichere Internetverbindung kümmern kann. Da kann ich keinen Beitrag zulassen. Ich kann mein Gerät sichern, aber auf alles andere habe ich keinen Einfluss und das ist eine Verpflichtung, die quasi jetzt aus der Verfassung kommt und die ist eigentlich kaum, der ist man kaum gerecht geworden. Okay. Ich würde mit Blick auf die Uhr und weil wir pünktlich aufhören müssen, eine Schlussrunde gerne einleiten. Es sei denn, wir haben doch noch, nee, Fragen kann ich von hier leider nicht mehr, weil wir nur noch fünf Minuten haben, aber ich wollte einmal fragen, ob es im Chat welche gab, weil den habe ich heute etwas vernachlässigt. Dann würde ich, wenn es okay ist, tatsächlich jetzt die Schlussrunde machen, damit wir da auch ausreichend Zeit dafür haben. und kommentiere jetzt nicht, warum ich so irritiert geguckt habe, das machen wir dann danach. Und zwar würde ich gerne jetzt sozusagen sowohl zurückblickend, als auch nach vorne blickend einmal fragen, was ich in der letzten Runde gefragt habe, also was ist sozusagen mit Blick 20 Jahre 9-11, so dass das Learning, hatte ich es genannt in Neudeutsch, dass sie mitnehmen würden, beziehungsweise wo sie sagen, das können wir besser und dann auch, Entschuldigung, nach vorne blickend, wie würden sich die Grundrechte im besten Fall aufgrund der aktuellen Krisensituation und eben 9-11 sozusagen jetzt entwickeln? So, was wäre ihr Hauptanliegen? Und jetzt fangen wir mal mit Herrn, jetzt wollen Sie nicht. Na gut. Also ich bin eher ein optimistischer Mensch und ich hoffe und glaube, dass doch durch die Pandemie und jetzt eine doch breiter geführte Debatte über die Bedeutung von Grundrechten für unsere Demokratie, für unsere offene Gesellschaft ein größerer Teil der Bürgerinnen und Bürger einfach das für sich auch wahrnimmt. Also dass ein doch breiteres Verständnis von der Bedeutung von diesen Grundrechten für unser Zusammenleben da ist. Ich denke, dass wir seit 9-11 eigentlich sehr viel haben lernen können. Lernen können über Mechanismen in der Politik, eigentlich immer im selben Fahrwasser zu fahren, um das mal so salopp zu sagen und deshalb auch ganz entscheidend nicht nur immer die kritische Begleitung, sondern auch am Ende, dass sich dagegen, wenn da, wo es fundiert und richtig ist, an der Tagesordnung sein muss und dass wir wirklich uns bewusst machen und da bin ich auch ganz hoffnungsfroh, dass wir in Deutschland ohne Ausnahmezustand, auch wenn wir mit Krisen wie der Pandemie konfrontiert sind, leben können und das heißt, mit den Grundrechten Krisen bewältigen und nicht gegen sie. Also das ist für mich doch etwas, was ich hoffe, dass auch durch die Debatten einfach in einem breiteren Teil der Bevölkerung bei mehr Bürgerinnen und Bürgern hängen bleibt. Ganz herzlichen Dank. Ja, Pessimismus des Verstandes und Optimismus des Herzens. Also da schließe ich mich dann in den Hoffnungen schon auch an. Grundrechte sind in der Diskussion um die Pandemie-Maßnahmen insbesondere oft so ein bisschen in Richtung von Egoismus und von Unvernunft und so weiter Privileg gerückt worden. Das war diskursiv, fand ich teilweise sehr bedenklich. Und jetzt haben wir aber die Gelegenheit, vielleicht im Nachgang dann auch mit einer gewissen beruhigten, kritischen Rückschau uns nochmal zu vergewissern, wie wichtig eigentlich Freiheits- und Gleichheitsrechte sind. Dass wir die verteidigen können nur vor autoritären Bedrohungen, wenn wir uns für sie einsetzen. Dass es immer eine demokratische und auch eine sozialstaatliche Komponente dabei hat oder eine der sozialen Teilhabe. Das wurde ja angesprochen. Ja, die Grundrechte werden leben, insoweit wir uns für sie einsetzen. Das sind alle dazu aufgerufen, an ihren Stellen das zu tun, auch bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, bei anderen Bürger- und Menschenrechtsorganisationen, bei den demokratischen Parteien. Da gibt es, glaube ich, keinen jetzt alleinseligmachenden Weg, sondern wir müssen uns da alle engagieren. Vielen Dank. Ja, ich kann da unmittelbar anschließen. Ich würde mir genau das wünschen, was die beiden gesagt haben und das noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, refokussieren auf die Zivilgesellschaft. Ich glaube, wir als Zivilgesellschaft müssen uns im politischen Raum noch ein bisschen besser hörbar machen. Denn Frau Schnallenberger hat das ja gerade auch angedeutet, selbst wenn das Bundesverfassungsgericht darauf hinweist, dass Grundrechte verletzt worden sind, heißt das ja noch lange nicht, dass der Deutsche Bundestag im nächsten Anlauf die Dinge substanziell besser macht, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe immer noch so drohend im Ohr, wie ein Bundesinnenminister sagte, wir werden das buchstabengetreu umsetzen, Klammer auf, aber auch keinen Millimeter mehr, Klammer zu, und wenn wir ein kleines bisschen über die Linie treten, so be it. Und das ist natürlich keine Haltung. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, im Bundestag werden die Interessen der Sicherheitsbehörden zum Beispiel sehr deutlich wahrgenommen, aber die Interessen der Freiheitsrechte nicht zwingend. Deswegen brauchen wir den Stimmenverstärker des Bundesverfassungsgerichts. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass die Menschen, denen die Freiheit am Herzen liegt, sich auch einfach im Parlament hörbar machen. Einfach mal eine E-Mail schreiben, einfach mal einen Brief schreiben, einfach mal anrufen. Es bringt nämlich was. Warum ist die Impfpflicht abgelehnt worden? Warum gegen alle medizinische Vernunft bei zwei, drei, fünf Prozent der Bevölkerung einen Riesenterror gemacht haben? Das sage ich jetzt mal platt. Einen Kommunikationsterror im Deutschen Bundestag. Wir haben das für die Lage der Nation genauer analysiert. Und warum können wir nicht mal für die Freiheit tatsächlich auch uns hörbar machen, eben anrufen, schreiben? Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Und es freut mich, wenn Sie sagen, dass das was bringt. Ja, Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz wäre nie ergänzt worden, wenn es nicht, ich glaube, 250.000 Karten gegeben hätte, sodass auch in den verwinkelten Büros derjenigen ja, die mit Gleichberechtigung so nichts am Hut haben, die dann doch ankamen und sagten, hör mal, hat es ja auch Karten gekriegt, das ist aber doch echt ein Thema. Also das hat wirklich was gebracht. Also von daher, das darf man nicht unterschätzen. Das kann auch mal in die andere Richtung losgehen, also wenn man es zu einseitig vielleicht macht, aber vom Grundsatz her ja, ich kann dazu nur ermutigen. Mit diesen optimistischen Blicken und auch aktivierenden Blicken, Perspektiven auf das Thema, ich bleibe mir erstmal ganz viel zu danken. Ihnen hier auf dem Podium ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Leuter-Saschnarrenberger, Herr Thurn, Herr Burmeier, jetzt Herr Burmeier, die Stimme hält noch durch und dann möchte ich, also ich kann, ich will und kann das jetzt gar nicht nochmal zusammenfassen, aber ich glaube, es ist die eine Stunde, werden Sie jetzt hoffentlich parat haben und dann mit in die Abendveranstaltung nehmen, wenn Sie möchten. Sie können dann nämlich nochmal hier essen und zusammen diskutieren und den Abend ausklingen lassen. Bevor das aber passiert, noch ein letztes paar Worte, einmal der Hinweis nochmal in die Foto, in zur Fotobox, dass Sie gerne noch Fotos machen können mit, ja, engagierten Sprüchen, die Sie dann vielleicht auch als Postkarte an den Bundestag schicken, das ist ja jetzt schon mal eine Ansage und dann möchten wir natürlich dem Silent Green danken, das ist die Einrichtung, in der wir heute sind, also dem Kulturquartier und Ihrem Catering oder Restaurantbetrieb Mars, was mir sehr gut gefällt, dann danken wir, ich darf an dieser Stelle im Namen der GFF danken an die Bundeszentrale für politische Bildung für die Kooperation und umgekehrt, weil ich zwei AuftraggeberInnen habe, darf ich im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung, der Gesellschaft für Freiheitsrechte danken für diese Kooperation und beide danken dem Verfassungsblog, dem Medienpartner, also wir alle drei, inklusive mir und dann danken wir noch Fabrizia von Storch für die inhaltliche Planung, Benjamin Dimitrov für die technische Planung und Umsetzung, Hanna Jetta aus dem GFF-Büro für die Unterstützung, genau und Ihnen allen natürlich, auf Türkisch würde man sagen, gesegnet seien Ihre Füße, die Sie hergetragen haben, im Internet muss man vielleicht sagen, gesegnet seien Ihre Finger, die Sie hier reingeklickt haben, oder Ihre Datenleitungen und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und hoffe, dass Sie viele Anregungen mitnehmen, die Sie jetzt so für die zweite, nee, etwas mehr zweite Hälfte des Jahres noch so umsetzen können in politische Arbeit. Vielen Dank. Applaus